ja hallo wir haben gerade eben die steel series mousepads erhalten und jetzt wollen wir euch mal zeigen was es heißt ein steel series produkt zu besitzen dritter platz denkt man sich doch das ist ja nur irgendwas kleines jetzt zeigen wir euch mal was dieses bedeutet sehen hier qck das ist diese maus-serie pro gaming und heavy ist jetzt speziell dieser art von mousepad wir werden dieses mousepad auch verlosen an einem sieben stück könnt ihr gewinnen und ich werde hier mal einfach ein kleines unboxing machen und werde mal eines hier auspacken und zeigen kleines messer nehmen und hier aufschneiden da das ja noch irgendeiner von euch hier bekommen soll bin ich ein bisschen vorsichtig natürlich entsprechend vorsichtig öffnen so ok dann wollen wir mal reingucken ihr seht schon an der breite was das für ein für mousepad sein muss ja heavy und man merkt sofort schon beim ersten greifen was das für eine wahnsinnsqualität ist riecht auch neu ok richtig richtig massiv hier ist ein aufkleber noch dabei ist ja süß ok so und dann machen wir mal auf hallelujah das ist ja eine schöne größe fühlt sich unglaublich unglaublich geil und ich habe hier gerade mal eine logitechnose die werde ich jetzt mal kurz drauflegen also das kleidet super geil drüber natürlich noch ein bisschen legen wir haben auch richtig dickes material schöne rutschfeste rückseite also das ding liegt wenn das einmal liegt dann liegt das also ein geiles mousepad kann man echt nicht meckern supergeile qualität sehr leichter gang mit der maus eine feine sache haben wir drei stück zu verlosen plus sieben für den dritten platz beim steels cup eine werden wir direkt jetzt hier im anschluss verlosen also dranbleiben sagen wir die gewinnen könnt ja alles klar